Also im letzten Video ging es ja um die Rotteriepflege und da habe ich ja angekündigt, dass wir ein bisschen was zu der Straßenzulassung erzählen. Machen wir doch mal ein kleines Video zu, damit man da mal einen kleinen Durchblick gewinnt. Ja, also bei der Straßenzulassung von einem Golfkart gibt es verschiedene Zulassungsarten. Es gibt einmal die Sonderabnahme nach § 70. Eine Abnahme nach § 70 ist eine Ausnahmegenehmigung, die von einem amtlich anerkannten Sachverständiger abgenommen wird. Das heißt, er prüft das Fahrzeug, guckt, ob alles an dem Fahrzeug soweit in Ordnung ist. Die Komponenten sind nicht alle für die Straße zugelassen, deshalb muss er alles nochmal prüfen. Preislich kann das von bis liegen, das muss man vorher klären. Und dann erteilt er einem die Zulassung, Straßen zu überqueren, kleine Wege zu fahren, sodass man ein bisschen im Straßenverkehr abgesichert ist. Man darf aber trotzdem nicht plötzlich mit dem Fahrzeug irgendwelche Touren machen durch die Stadt oder sonst was. Dann gibt es noch die L6e-Zulassung und die L7e-Zulassung. Bei der L7e-Zulassung sind die Fahrzeuge von vornherein ab Werk geprüft. Alle Komponenten sind geprüft. Man hat Licht, Anschnallgurte, alles, was man braucht, ist da dran. EG-konform, das heißt, man kann in Europa überall damit fahren. Man kann es ganz normal anmelden, hat ein Kennzeichen vorne, hinten, wie ein Auto oder ein Quad, sage ich mal auch. Und muss dann alle zwei Jahre ganz normal zum TÜV. Bei der L6e-Zulassung ist das ein bisschen anders. Da sind die Golfcarts dann mit einem Versicherungskennzeichen versehen hinten. Da geht man dann zur Versicherung mit dem Papier und sagt, ich brauche ein Kennzeichen. Und dann kann man das dran schrauben und auch auf der Straße ganz normal fahren. Vorteil und Anlass zur L7e-Zulassung ist, dass man nicht zum TÜV muss und aber jedes Jahr ein neues Kennzeichen kaufen muss bei der Versicherung, also ein Versicherungskennzeichen. Wenn man jetzt ein Fahrzeug hat, was keine Straßenzulassung hat, man möchte aber gerne eine haben, dann kann man zu einem Prüfer fahren. Für die Sondergenehmigung muss ja Licht haben, ist wichtig. Die Bremsen müssen vernünftig funktionieren. Das sind so Hauptpunkte, die der Prüfer prüft, damit man im Straßenverkehr überhaupt fahren darf. Aber dann kann auch nochmal jeder Landkreis, jede Stadt für sich selbst entscheiden, ob sie überhaupt eine Zulassung erteilen oder nicht. Das heißt, es ist nicht gesagt, nur weil man dahin geht, dass man auch diese Abnahme bekommt. Das kommt dann immer so ein bisschen drauf an. Das wäre eine Sondergenehmigung, die kriegt auch nicht jeder. Das ist immer ganz unterschiedlich, wo man gerade bei welchem TÜV-Prüfer ist. Bei den Golfcarts, die neu sind, haben wir natürlich welche mit Zulassung und ohne Zulassung. Und der Unterschied ist immer über den Daumen 1000 Euro. Da muss man natürlich wissen, wenn man eine haben will, lohnt sich das schon, direkt eins mit Zulassung zu kaufen, bevor man dann anfängt umzurüstet. Und beim Umrüsten dann 1800 Euro dafür bezahlt. Das ist dann nicht mehr sinnvoll. Also große Unterschiede zwischen der L6e und der L7e Zulassung sind halt, wie gesagt, der L7e alle zwei Jahre zum TÜV. L6e jedes Jahr ein neues Versicherungskennzeichen. Ein L6e Fahrzeug bzw. L6e Golfkart kann man mit einem S- bzw. AM-Führerschein fahren. Also Führerschein-Klasse S oder AM. Und ein Fahrzeug mit einer L7e Zulassung kann man ganz normal mit einem Pkw-Führerschein oder mit der Klasse B fahren. Wir haben Kunden, die fahren mit dem Golfkart zum Golfspielen und wollen mit ihrem eigenen fahren. Das heißt, sie fahren mit Straßenzulassung zum Golfplatz, direkt auf den Golfplatz rauf und spielen und fahren dann wieder zurück. Und wichtig für die Zulassung der Fahrzeuge ist, dass ein Fahrzeug der L6e Klasse 350 Kilo Leergewicht ohne Batterien hat. Und ein Fahrzeug der Klasse L7e darf ein Gewicht von 400 Kilo nicht überschreiten. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles zum Thema Straßenzulassung so weit erzählt. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, schreibt gerne in die Kommentare. Beim nächsten Mal wollen wir euch zeigen, wie so ein Fahrzeug sich im Gelände verhält und wie geländegängig die Fahrzeuge tatsächlich sind. Also wenn ihr Interesse habt, schaut gerne wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.